Hallo, wie geht's? Hallo, also wir sind jetzt in Pennsylvania angekommen, nicht weit weg von der Hochzeit, im Hintergrund seht ihr die Farm und die Bia, super. Und ja, am Samstag geht's los, noch vier Tage, fünf Tage, sechs Tage, ich weiß nicht, mein Mathe ist heute nicht so gut, ich bin noch ein bisschen nie. Aber ja, am Samstag ist dann hochzig und wir freuen uns darauf, für alle, die da sind und alle, die es nicht geschafft haben, wir freuen uns darauf, dass ihr es im Fernseher gucken könnt oder im Internet. Und ja, wir sehen uns dann bald oder wir hören voneinander. Ciao! Tschüss! Musik Musik Musik